Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute Northern Tale 4. Willkommen beim Level 17 Leute. Es geht gleich los hier. Futter, Gold, Holz, Essen, alles hier ist wichtig. So, behalte ich, Junge. Ja, I know how. Wir alle nun. So, als nächstes nehmen wir zwei hier, dass da ein bisschen was weitergeht. Wir sollen Gerster vertreiben. Wo auch immer die ist. Schauen wir mal, ist das irgendwie markiert. Ja! So, jetzt haben wir zwei. Wo kommen wir da hier raus? Hier. So, wir nehmen das hier alles. Gibt es genug Ressourcen hier. So, zack, zack, Lunge. Und hier noch einer, hier noch einer. Was haben wir denn hier? Eine Werkstatt, ganz wichtig, für Holz. Und hier haben wir eine Gold-Mine. Haben wir auch... ...Gastshaus, Farm, was ist das da? Droin-Zent, alles klar, alles klar. So, wir brauchen eine kurze Übersicht. Wo komme ich da raus? Das ist die Frage. Da oben wahrscheinlich. Das heißt, wir machen diese Grube hier. Ich wollte sie machen, aber geht ja noch nicht. Mach mal das dann. So. Nochmal. Jetzt kommen wir da runter mit ihm. Da können wir Ressourcen abstauben. Hier noch. Ähm, hier ist Holz. Jawohl. Da gibt es Holz. Wir abflägen die Werkstatt für noch mehr Holz. Ähm, dann nehmen wir das da. Und das da. Und den Busch, den hätte ich nehmen sollen. So, was ist hier? Hier kriege ich sofort auf meinen Plätzen was. Okay. Nehmen wir mal das da. Dann geht das ein bisschen zackiger. Jo, I know auch. Wie alle knowen, ne? So, raus da. Hier einer. Genau. Zieht ein bisschen ab hier, Jungs. So, da. So, du gehst hier. Du gehst hier. Einer geht jetzt dann hier gleich. Was haben wir hier? Exorzisten. Gut, die muss ich jetzt nicht so schnell haben. So. Der muss weg. Kurz warten. Du nimmst das Fleisch. Hier können wir noch weiter machen. Was ist mit dir? Den muss ich vertreiben. Alles klar. Alles klar. Das wäre eine nette Abkürzung. Hier gibt es was. So, du holst das hier. Wir machen das mal das letzte. Dann haben wir Fleisch. Beheil dich, Junge. So. So, wir brauchen das drüben Zelt. Jetzt ist die Frage, wie komme ich darauf? Hier wahrscheinlich, oder? Nein. Dann muss ich das hier zuerst wegmachen. Dann kommen wir da rauf. Wir können das Gasthaus machen. Das hier können wir machen. Das hier können wir jetzt machen. So, hier ist mal Schluss. Das müssen wir hier weitermachen. Das können wir machen. Gas, 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 Gas. Gas, Gas. Hier liegt was. Dann muss der Stein weg. Und ich komme zum drüben Zelt. Jawoll. Bis jetzt bin ich ganz zufrieden, Leute. Da lässt sich noch was machen. Da brauchen wir zwölf. Okay, die haben wir. Kein Problem. Holz haben wir genug. Hier brauchen wir das Gasthaus. Das ist das da. Das machen wir übrigens auch gleich. Weil derzeit haben wir genug Holz. Das können wir jetzt wirklich ausnutzen. Die Werkstatt sollten wir nochmal upgraden. Und dann kommen die da dran langsam. So, der muss weg. Danach muss der weg. Hier holen wir Essen. Der könnte mal weg wegen der Abkürzung hier. Ja, dann kann man hier schön durchlaufen. So, wir holen den Turbo rein. Das Gasthaus haben wir gebaut. Das wird jetzt teuer. Dann den zuerst weg hier. Ich möchte gerne eine Farm haben. So, jetzt können wir das nehmen. Für Gold. Können wir uns das jetzt langsam mal leisten. Jawoll. Jetzt weiß ich für was die Linie ist. Immer wenn das durch ist, geht das da oben. Kriegen wir dann. Eine Runde sozusagen. Hier kriegen wir was. Da ist was. Jawoll. So, Essen haben wir genug. Was ist hier? Wir könnten was für Holz machen. Weil Holz haben wir jetzt nicht genug. 10, 10. Das können wir machen. Dann haben wir diese Hütte. Oder ich kann den weg. Das bringt mir jetzt nicht so viel. Oder wir geben den weg. Dann haben wir genug Gold. So machen wir es. So machen wir es. Wir nehmen das hier. Kann man da abstauben. Hier ist Gold. Jawoll. So, jetzt können wir das machen. Kriegen wir Gold. Kriegen wir Gold. Den müssen wir auch als nächstes weg. Wir nehmen das hier. Gold. Zack. Der nächste. Kommt Jungs, kommt Jungs. Geht Stopp. Das kann einer machen. Das würde ich gerne upgraden. Aber wir haben noch zu wenig. Da geht hier einer dann. Wir haben jetzt endlich genug. Noch immer nicht. Scheiße. Scheiße, Leute. 3, 5. Das können wir machen. Ah, da brauche ich den Exorzisten. Okay, der ist hier. Das können wir holen. Das können wir holen. Das können wir noch nicht holen. So, das können wir uns leisten. Da kann einer reingehen. Das kann einer holen. Gut, das lassen wir jetzt. Bei mehr als 20 kann ich sowieso nicht speichern essen. Das wäre ja praktisch eine Verschwendung. Wie sieht es bei dir aus? Dich können wir. So, jetzt können wir das nehmen. Genau. Das müssen wir ein bisschen taktisch machen. Der muss auch langsam weg. Wir nehmen das hier. Das heißt, da ist was hier. Da ist was hier. Und irgendwo war doch noch keiner. Gut, da hinten. Aber da kommen wir eh nicht hin. Essen haben wir genug. Das ist nicht das Problem. Wir nehmen das hier. Wir brauchen Holz. Holz brauchen wir. Holz, Holz, Holz. So, das ist aufgebraucht. Komm, gib mir das. Jawoll. Jetzt haben wir den Exorzisten. Das heißt, wir können da durch, da durch, da durch. Wir gehen aber hier mal durch, dass wir den Topf hier kriegen. Das ist ja kein Problem. So, ein bisschen den Turbo rein, Jungs. Das kann einer weg. Wir nehmen das Essen hier. Wir nehmen dieses Essen hier. Dieses Gold hier. Turbo, Jungs. Turbo. Genau, so ist das gut. So macht ihr das fein. Ähm, was können wir jetzt machen? Wir können diese Leiter hier hoffentlich reparieren. Jawoll. Das kann auch jemand nehmen. So, den Stein macht dann bitte jemand. Und dann ist der da dran. Und den Turbo wieder rein, Leute. In Turbo wieder rein, gell? Zack. Turbo, Turbo. Was ist? Mir fehlt Gold. Holy. Kriegen wir irgendwo Gold her. Essen haben wir, aber ich brauche Gold. Hier ist Gold. Jawoll. Da kommt auch gleich Gold. Oh, wir brauchen Gold, Leute. Das ist schlecht. Wir brauchen Gold. Futter brauchen wir keins. Ja, ja. Time. So. Zwei Sterne sollten wir noch hinkriegen. Komm, ich brauche Gold, Mann. Da ist nur Gold. Da, durch Jungs. So, dann den Pfosten hier weg. Wie viel brauche ich für die? Oh, viel Essen. Okay, das ist nicht das Problem. Turbo. So, hier haben wir nur fünf Essen. Hier ist nur Essen. Da kommt jetzt was. Jawoll. So haut das hin, Leute. So soll das sein. So, zack. Hier einer. Holz brauche ich keins. Dann nehmen wir das da nochmal. Ja, hier brauche ich Holz. Ich depp, ich depp, ich depp. Habe übersehen, habe ich übersehen. Aber ist nicht so schlimm. Wir kriegen ja gleich Holz. Dann können wir das weg und dann gleich die. So, in Turbo rein. Wir sollen laufen. So, einer hier bitte. Hier einer. Da kann einer. Ich sagte, hier kann einer. So, Gold haben wir genug. Wie viel brauchen wir für die Tussi? 15. Okay, das heißt jeden Topf hier müssen wir abgreifen. Sonst ist zu wenig. Wir brauchen Essen und Gold. Gut. Vier. Wie viel kriege ich hier? Zwei. Vier kriegen wir noch. Ah, das reicht mit in einer Runde. Da müssen wir jetzt ein bisschen warten. Das ist kacke. Ah, da hilft mir das jetzt auch nichts hier. Das wird was helfen da. Aber das ist nicht ready. So. Ah, ist noch Gold. Die auch. Schade, dass man das nicht wieder verkaufen kann hier. Okay. Kann man upgraden. Weil es egal ist. Weil wir alles nicht mehr brauchen. Wir brauchen nur mehr Gold. Gold, 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 Gold. Gold brauchen wir. Sonst nichts. Und dann können wir wieder. Ein Gold fehlt nur, Leute. Ein Gold. Den werden wir jetzt ein Turbo reinhauen dann. Weil zwei gehen sie noch aus. So, Leute. Gold. Das da. Das da. Das da. Komm, 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 komm. Yo, yo. Ich looke auch. So, und den da einer. Und Turbo, 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 Turbo. Komm, ich will zwei Sterne. Los, 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 los. Hau in Turbo rein. Komm, 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 komm. Nochmal Turbo. Weg gehst du. Ah, ich glaube wir haben es nicht ganz geschafft. Scheiße. Aber es war ein gutes Game. Wir machen hier ein Tänzchen für uns. Ja, wir haben es geschafft. Nice. Drei Sterne. So, Leute. Jetzt zeige ich euch was. Jetzt haben wir nämlich 30. Die Bonusrunde ist freigeschaltet. Nice. Die werden wir auch im nächsten Part. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Tänandi. Let's play. Tschüss. Also, es geht an einen Cle pages數. Bis zum nächsten Mal. Üerk v B Championship. Vielen Dank.